hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier bei holy lol das frosty fest ihr wisst es da gibt es geschenke und ich habe fünf geschenke gesammelt ich werde heute fünf geschenke öffnen aber bevor es losgeht denkt dran liken kommentieren abonnieren schaut auch mal in der video beschreibung vorbei da ist mein twitch kanal verlinkt und mein zweiter youtube kanal einfach mal reinschauen vielleicht habt ihr ja bock drauf so wir fangen an mit dem opening wird auch wieder nur ein kurzes video ihr wisst gameplay twitch und hier die infos so wir fangen an wir gehen in die garage wir gehen zum inventar und da gehen wir natürlich hierhin wir haben fünf geschenke und zwei seltene drops ich fange natürlich an mit den zwei seltenen drops wir wollen uns ja die überraschung bzw die spannung noch ein bisschen aufrecht erhalten und was haben wir drin gibt mir was schön ist ja gut was haben wir ach du scheiße ich meine super tolles item wir wir öffnen den nächsten drop let's go was haben wir drin kommen import gönn mal wieder kein import natürlich nicht ähnlich gutes item wie das letzte aber jetzt aber jetzt geht es los hier die geschenke ihr könnt mehr mal in die kommentare schreiben was ihr so in den geschenken drin hatte ich fange jetzt erstmal an ich hoffe hier ja schwarzmarkt natürlich eine ganz klare sache aber die wahrscheinlichkeit liegt ja nahezu bei null und was ist es import es ist import wir haben fini räder in lila die sehen gar nicht so hässlich aus kann man echt nichts sagen die sehen gut aus ok wir öffnen das nächste geschenk hier waren wir schon wir wollen jetzt hierhin komm schon let's go naja sehr selten die räder sehen ja richtig geil aus in titanweiß in scharfschütze in holographisch ich werde ja irre die lege ich direkt an die gefallen mir komm schon weiter so jawohl ja super opening zwei painted items und was bekommen wir jetzt das dritte painted item diskothek in orange ja gar nicht mal so hässlich wir haben noch zwei geschenke wir haben einmal das zweimal das gezogen und alles 3 in painted jetzt wäre doch der schwarzmarkt rob in painted eigentlich pflicht oder warum schon und denkt dran schreibt mir in die kommentare was ihr drin hattet das würde mich interessieren hattet ihr vielleicht ein schwarzmarkt item kommt schon und ja oh gott ja aber auch painted was ist denn heute los bobs rahmen aber painted ja und jetzt drückt mir die daumen seid dabei kommt schon wenn jetzt hier mindestens selten drin ist müsst ihr den abo button drücken ist das ein deal ok komm schon mindestens selten let's go import gepainted aber gebranntes sienna leider die schlechteste farbe die man ziehen kann meiner meinung nach aber zweimal import und alles was ich gezogen habe painted ist ja irre ja freunde so sieht's aus da guckt ihr guck mal geile reifen ich feier die jetzt schon und ihr müsst ja den abo button drücken es war mindestens sehr selten drin und ich freue mich schon auf euer abo wir sehen uns im nächsten video wieder denkt dran twitch account in der video beschreibung mein mythen und grusel kanal auch in der video beschreibung bis zum nächsten video